Abends hat das Baby großen Hunger Es rennt in die Küche, um Kuchentee zu holen Das Licht geht an und das Baby hat Angst Gänsehaut ist überall an Armen, Beinen und Kopf Das Baby überrasst deine Mama zu sehen Diese Gänsehaut kommt, wenn du erschreckst Mama redet ihn sich um zu beruhigen Hab keine Angst, tief einatmen, die Gänsehaut taucht Das Baby sitzt im Unterricht und wird aufgerufen Das Baby hat Angst und erstrickt Gänsehaut Überall am Arm und Rücken und Beine Ich weiß nicht, wie man diese Mathe macht Hilfe, 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 Hilfe mir Die Lehrerin lächelt und rät Sich zu beruhigen und tief zu atmen Die Gänsehaut wird sofort verschwindet Und dann denk nach und beantworte die Frage weiter